Und ich bin mir sicher, Ihr wichtigster Treffer in Ihrer Karriere. Was bleibt denn an Eindrücken an diesem Treffer? Also, das bedeutet mir heute alles. Mein Bruder hat heute Geburtstag. Ich habe ein schweres Jahr hinter mir gehabt. Und ich glaube, das ist für alle, die an mich glaubt haben. Und es ist wunderschön. Wunderschön für Sie. Sie haben ja gesagt, ich bin da. An wen war denn das gerichtet? An meine ganze Familie, an meine Freundin. Das war Weltklasse heute. Dankeschön. Alles Gute weiterhin.